hallo und herzlich willkommen zum nächsten video und zwar in dieser dieser meditation geht es um formloses sein eine tiefen meditation wie immer unterhalb dem video ein link und der beschreibung obwohl es für diese form nicht viele worte bedarf es etwas unmöglich ist es zu beschreiben formloses sein das bedeutet auch in der meditation auf nichts zu reagieren also in deiner vorstellung mit du einfacher in die tiefe kommst stell dir einfach vor alle gedanken gefühle und alles was ist sind wie blasen die aus tiefe hoch steigen und du singst in die tiefe und du reagierst auf diese blasen nicht du lässt sie an dir vorüber ziehen nach oben und du singst langsam in die stille auf den grund des seins das heißt wir schließen die augen sind in unserer meditationshaltung und atmen ganz sanft ein und aus ich spanne den körper den geist lassen wir zur ruhe kommen indem das alles an uns vorüber fließt innere bilder gedanken alle unsere sinnes wahrnehmen geräusche gerüche ich mag sind wir sehen in der bilder alles fließt an uns vorbei und um den verstand ein bisschen abzulenken sprechen wir innerlich unser mantra jeder hat sein persönliches mantra für die stillen stelle soll nichts bedeuten am besten zwei silben zum beispiel so haben oder irgend so der gesilben die nicht keine bedeutung für dich haben und du musst dir einfach vorstellen dass du in einen in einen angenehmen du fühlst dich wohl und singst ganz langsam nach oben und so mehr du eintauchst und so angenehmer wird es und jetzt lässt du alles an dir vorüber ziehen das einzige was du noch wahrnimmst ist die dunkelheit der dunkelraum ist vormlos und wenn du angekommen bist in der tiefe eines vorkommen dass du noch dein inneres seelenlicht oder seelenstern leuchten siehst durch dein drittes auge nimm es einfach wahr es kann auch sein dass es die bilder zeigt nimm sie wahr und lass sie an die rühre rüber ziehen dann kommst du langsam zurück öffnest langsam ganz langsam wieder dein drittes auge die augen je nachdem wie lange die verweilen willst es kann vorkommen wenn du in dieser tiefe des seins eintauchst in diesen raum der formlose raum wo auch raum und zeit in diesem sinn und du nicht mehr wahrnimmst und so kann es vorkommen dass du eintauchst und durch dein bewusstsein irgendwann kommt dir der gedanke oh ich schau jetzt mal auf die uhr ne wie lange ich schon meditiere und da kann es dir passieren wenn du eingetaucht bist du hast eine stunde vorbeizieht oder zwei stunden wie so ein klacks und du sagst wow wie so ein tiefschlaf in dem nur dass du dein bewusstsein voll da ist und du hast gedacht das ist ein ein augenblick für dich weil ja alles formlos und alles weg ist nur das sein und deswegen nimmst du auch keine zeit wahr keine zeitlinie und aus diesem grund kannst du auch so in diesem zustand sagen wir mal des seins verweilen ohne etwas wahrzunehmen ok alles was ist und kommst zurück in das tagesbewusstsein brauchst eine weile und kannst langsam übergehen in den tag ich wünsche dir alles gute bis zum nächsten video tschüss